Hallo. Hallo. Ja, hörst du mich? Ja. Du wolltest hier nicht Saman nehmen, ja? Genau. Hast du noch irgendwelche Fragen? Hast du dich damit schon auseinandergesetzt? Ja, also ich habe mich auf jeden Fall auseinandergesetzt. Ich kenne mich auch ein bisschen aus. Diese Entscheidung habe ich getroffen eigentlich schon seit zwei Jahren. Ach so. Ja, ich wollte das immer machen, aber ich weiß nicht. Nie ist es dazu gekommen. Ja, das ist... Ich habe immer Videos von innen geguckt. Das hat mich motiviert, immer mehr und mehr und mehr. Und ja, ich habe heute die Entscheidung getroffen. Ich schreibe dich einfach an. Ja, perfekt, perfekt. Und ich freue mich sehr. Perfekt, super. Ja gut, wenn du entschlossen bist, du sagst ja gerade, du hast die Videos geguckt, du bist eigentlich überzeugt davon und so, dann soll dich nichts daran hindern. Bisher hat dich nur der Schaitan, der Satan daran gehindert, weil der nicht will, dass du das machst, diesen Schritt. Okay. Du hast bestimmt schon dann auch gesehen, wie die Leute konvertieren, was man sagen muss und so. Das hast du bestimmt schon gesehen, richtig? Genau, genau. Soll ich dir das vor sagen, das Glaubensbekenntnis, die Scheherda, das Glaubensbekenntnis, oder kannst du das schon selber sprechen? Ja, also selber sprechen noch nicht alles. Okay, also du willst lieber, dass ich dir das vorsage. Du hast das zwar schon geübt, aber du willst lieber, dass ich das vorsage. Okay, pass auf. Wenn du sagst, Es schadu en la ilaha illallah, dann heißt das, ich bezeuge, es gibt niemanden, der anbetungswürdig ist außer Allah. Also es gibt keinen Gott, keinen wahren Gott außer Allah. Okay, ich darf nur ihn alleine anbeten. Der ewige Schöpfer, Lenker, Herrschers Gesamtuniversums, der mit seinen Eigenschaften über unserer Vorstellungskraft ist, der nur mit starken, erhabenen Eigenschaften beschrieben wird. Nicht mit geboren werden anfangen, nicht mit sterben tot, nicht mit Krankheit, nicht mit um Hilfe schreien und so weiter. Und wenn du bezeugst, Es schadu enna muhammeda rasulullah heißt das, ich bezeuge, muhammed ist der Gesandte Allahs, das beinhaltet, dass man akzeptiert, dass man sich an das halten muss, was der Prophet a.s. befohlen hat. Dass man akzeptiert, dass man sich an das von dem entfernen muss, was er verboten hat, dass man Allah so anbeten muss, wie er es gezeigt hat und dass man an das glaubt, was er uns gebracht hat. Davon bist du überzeugt, okay? Genau. Alhamdulillah, gut, dann sage ich dir das jetzt vor und du sprichst das nach mit der Absicht, jetzt den Islam anzunehmen, okay? Und dann fängt ein neues Leben an und in dem Moment werden inshallah alle deine Sünden vergeben. Okay? Okay. Sagst du das jetzt mit der Absicht, mit Allah, mit dem allmesschen Gott ins Reine zu kommen? Ich sage es dir vor, ja? Eschhedu. Eschhedu. En. En. La. La. İlahe. Illahe. İllallah. Illallah. Und da. Eschhedu. Eschhedu. Enne. Enne. Muhammeden. Muhammeden. Resulullah. Resulullah. Allahu Akbar. Sehr gut ausgesprochen, Mashallah. Jetzt bist du Muslim, Bruder. Alhamdulillah. Dankeschön. Mashallah, wie alt bist du? Ich bin frisch 18 geworden im Oktober. Mashallah. Allahu Akbar.